Sgt. Drill macht mal wieder ordentlich Dampf. Are you a bunch of babies? Cause your physical performance tells me so. I will make you sweat. Ich werde euch zum Schwitzen bringen. Mit Sgt. Drill ist nicht zu spaßen. Er bringt jeden dazu, bis ans Limit zu gehen. Deshalb nutzt er am liebsten die Phrase To make somebody do something. Jemanden dazu bringen, etwas zu tun. Make wird hier zusammen mit einem Infinitiv. Einem Verb in der Grundform verwendet. Make somebody sweat. Jemanden zum Schwitzen bringen. Aufgepasst! Das Verb make steht hier zufälligerweise auch in der Infinitivform, da es Teil des Will Futures ist. Es könnte aber zum Beispiel auch heißen I made you sweat. Der Infinitiv sweat bleibt unverändert. Jetzt lasse ich euch für eine Sekunde Pause machen. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, Interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen! 2 Mai 1 2 2